in einer gekürzten version möchte ich ihnen mein neuestes buch gewalt im namen gottes ursachen und hintergründe im biblischen monotheismus vorstellen vor kurzem hat donald trump die präsidentschaft in amerika dadurch gewonnen dass er das politische establishment als korrupt und die mainstream medien als verlogen darstellte auch wir kennen den begriff der lügenpresse der immer wieder laut wird heute möchte ich daran anknüpfen und möchte ihnen ein buch vorstellen in dem ich die lügen zurückverfolge durch die jahrtausende und ihnen unsere religion als ein großes lügen system vorstellen möchte ich meine die religion die dem alten testament entspringt das heißt jetzt für mich nicht das judentum ist nicht mein thema sondern auch im christentum hat sich das alte testament die hebräische bibel immer wieder durchgesetzt und oberhand gewonnen heutzutage leidet auch das christliche abendland am islamischen terror den der insbesondere der islamische staat buku haram und die taliban weltweit ausüben wir empören uns aber zu unrecht denn wir haben längst vergessen oder nur verdrängt dass dieser terror ursprünglich der hebräischen bibel dem alten testament entstammt dort ist er geboren und von dort hat er seinen siegeszug um die welt gemacht hinzu kommt dass das christliche abendland stolz ist auf die abschaffung des polytheismus und dass der eigene monotheistische glaube als ein geistiger fortschritt dargestellt wird andere religionen gelten als primitiv heidnisch und von daher völlig unmodern und wenn der islamische staat oder die taliban im nahen osten die zerstörung unwiederbringlicher kulturgüter vornehmen dann empören wir uns wiederum ohne uns darüber rechenschaft abzulegen dass genau das in unserer heiligen schrift die auch wort gottes genannt wird empfohlen wird und offenbar auch praktiziert wurde insofern haben wir kein recht uns zu empören denn in dem was in der äußeren welt geschieht kehrt nur das wieder was wir im inneren verdrängt haben wenn wir heute noch das alte testament als das wort gottes oder als heilige schrift bezeichnen das ist ein sakrileg es ist ein gewalthaltiges buch und das möchte ich ganz kurz an drei beispielen aufzeigen von mose geht der auftrag aus 3000 mann umzubringen und zwar die nächsten verwandten und zwar durch seine leibgarde und nur weil sie sich nicht auf die seite seines gottes jahwe stellen wollen dann geht an das volk allgemein die aufforderung auf eigene familienmitglieder zu denunzieren und zu töten wenn sie zu den alten kulten einladen denn ist das ist in einer zeit entstanden als offenbar eine spaltung im volk verursacht worden war eine dritte aufforderung ergeht an einen könig dass er sein eigenes land reinigen soll von altären die nicht jahwe an denen nicht jahwe allein verehrt wurde und es scheint historisch zu sein dass er das wirklich getan hat dass er das eigene land praktisch mit krieg überzogen hat und dass er die priester der polytheistischen religion hat umgebracht hat und auf den eigenen altären deren knochen verbrannt hat also es sind die grausamsten formen wie wir sie heute nur noch im es kennen aber wir haben uns längst ensolidarisiert glauben dass wir aufgeklärt sind und dulden nach wie vor eine heilige schrift in der all das empfohlen wurde und wir wissen ja dass der koran ohne das alte testament gar nicht entstanden wäre und das neue testament von der christlichen kirche an das alte testament angebunden wurde und behauptet wurde dass dieser gott derselbe gott ist den jesus geprägt hat und das kann nicht sein die blutspur dieses monotheistischen glaubens durchzieht die ganze welt geschichte und überall wo er entweder vom ju von den juden durch die makabäer zum beispiel verbreitet wurde geschah es gewaltsam und das christentum hat auch bei seiner mission sehr viel gewalt ausgeübt zumindest aber das was auch im alten testament geschehen ist die anderen religionen systematisch diffamiert und verunglimpft so galt zum beispiel im alten testament dass der polytheistische glaube als hurerei oder als götzen dienerei oder götzen dienst bezeichnet wurde und dass darauf die todesstrafe stand und genauso hat das christentum sehr viel mehr aus dem alten testament übernommen als das was jesus gesagt hat denn wenn wir uns mal anschauen dass zum beispiel in der sogenannten schwarzen pädagogik des 18 19 und 20 jahrhundert die ganze alttestamentliche religion wiederkehrt man hat dort nicht nach dem motto jesu lasse die kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht danach hat man nicht gehandelt sondern nach dem motto wer seinen sohn liebt der züchtigt ihn und dann haben wir ja noch im alten testament das gebot dass wenn der sohn zweimal ermahnt worden will und dann immer noch nicht gehorchen will dass er dann gesteinigt werden soll und zwar von den eigenen verwandten und wir haben es bis heute versäumt uns davon zu distanzieren und zu sagen dass das mit einem gott nicht das geringste zu tun hat egal jetzt ob wir an gott glauben oder nicht diejenigen die daran glauben die müssen eigentlich einsehen dass es ein sakrilekt ist dass es absolute blasphemie ist in einer solchen art einem gott solche befehle in den mund zu legen und wenn also bis ins 20 jahrhundert die kinder drangsaliert wurden mit dem christlichen glauben und die eltern insbesondere die väter dazu erzogen wurden eine strafende instanz zu sein so wie gott die menschen strafe sollte der vater die kinder strafen aber auch von den müttern wurde es zwar in geringerem maße aber eben auch gefordert dann können wir sagen dass diese blutspur bis in die kinderzimmer hinein reichte und von dort aus wurde dieser glaube dieses gewaltsystem auch zum steigbügel halter des dritten reichs ich weiß dass mir das als antisemitisch angekreidet werden wird aber ich kann es nachweisen denn es sind dieselben methoden gewesen ein adolf hitler ist jeden tag von seinem vater verprügelt worden wir wissen dass ein stalin sehr viel verprügelt worden ist von seinem vater und die ganze entourage hitlers himmler rebels natürlich und eine ganze reihe mehr waren alles geprügelte kinder und diese geprügelten kinder haben dann auf das volk eingeprügelt und insbesondere auf jüdische menschen und andere menschen aber es gibt auch noch eine andere linie zum beispiel im propheten esekiel haben im achten und neunten kapitel überhaupt das erste religiöse pogrom da fantasiert der prophet dass er an den an den tempel von jerusalem versetzt worden ist und dass er dort einfach menschen sieht die die gestirne verehren entweder sonne mond sterne oder was weiß ich werden von ihnen verehrt und aufgrund dieser verehrung sollen sie umgebracht werden und es heißt dann geht durch die stadt und und schlagt rein und füllt die tempel mit erschlagenen das war ein sakrileg man durfte im tempel keine toten niederlegen und das wird dort empfohlen also ich könnte jetzt weitergehen aber ich möchte nun nur noch sagen dass im grunde genommen wir aber auch ein ganz anderes religionsverständnis haben nämlich dass die menschen etwas verehrt haben nicht wovon sie etwas zwischen zwei buchdeckeln gelesen haben von verfassern denen sie überhaupt die sie überhaupt nicht kennen und gar nicht wissen ob die glaubwürdig oder verlogen sind und dass die biblischen verfasser zum großen teil verlogen sind zeigt sich daran dass der ganze monotheistische glaube auf den mose geschichten gründet das heißt auf dem sogenannten exodus aus ägypten angeblich von drei millionen menschen es heißt 600.000 mann in der bibel aber ohne frauen und kinder rechnet man die dazu dann kommt man auf circa drei millionen die sollen 40 jahre lang durch die wüste gewandert sein und von ihrem gott ernährt worden sein und das ist inzwischen ja reine fiktion denn der wie sinai ist kreuz und quer durch graben worden sie haben keine stelle ausgelassen und sie haben nicht ihre geringsten indizien gefunden und selbst die israelischen archäologen sagen diesen exodus gab es nicht das ist fiktion so das heißt also die verfasser der bibel sind nun wahrlich nicht glaubwürdig was die propheten angeht so sind sie zum großen teil priestersöhne die im von klein auf diese gehirnwäsche durchlaufen haben und diesen brachialen gott in ihrem vaterhaus kennengelernt haben und dann in ihrem wahnsinn denn das volk ging immer davon aus dass sie wahnsinnige sind sie waren nur schugge in ihrem wahnsinn haben sie dann diese kindheitserfahrungen auf das volk projiziert und dem prognostiziert dass jahwe es töten wird weil sie wahrscheinlich als kind sehr oft todesangst hatten vor dem eigenen vater und dessen strafung nur ursprünglich war religion etwas ganz anderes wir wissen dass das wort von religio kommt und das bedeutet rückbindung aber woran wurden die menschen zurückgebunden nicht an ein buch sondern an die wirklichkeit dieser welt an die natur an die erde an den kosmos und das war das was die menschen verehrten alle naturkräfte das konnte die 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 nähernde pflanze sein das konnte die majestätische baum sein das konnten tiere sein die besondere kräfte hatten das konnten menschen mit besonderen kräften sein das heißt das leben wurde verehrt und das war ihre weltanschauung und daneben gab es nicht eine extra religion sondern das war ihr weltverständnis und wir haben aber eine religion oder eine eine bibel oder ein wort gottes wie immer wir es nennen wollen und da heißt es schon auf der ersten seite macht euch die erde untertan und das wäre in früheren kulturen ein sakrileg gewesen zu glauben man könne sich die uralte mutter erde untertan machen wo obwohl sie uns doch hervorgebracht hat und wir ihre kinder sind und dieses alte weltbild findet inzwischen auch durch die archäologie bestätigung und ich gehe darauf ein an den beispielen von james mellard der in anatolien die stadt chattel hyük ausgegraben hat übrigens anatolien bedeutet land der mütter und festgestellt hat dort hat es einmal eine völlig andere kultur gegeben ohne gewalt eine friedfertige kultur er hat keine einzige darstellung von gewalt gefunden er hat ganz viele skelette gefunden und schädel aber kein einziger schädel der eingeschlagen wurde wie es in späteren zeiten gang und gäbe war keine gebrochenen beine und arme nichts dergleichen und er geht davon aus dass es dort im 9 8 7 6 jahrtausend eine friedliche kultur gegeben hat ich glaube er hat bis bis ende des siebten jahrtausend hatte ausgegraben und dann gab es weitere schichten aber dann musste er aufhören und genau dasselbe hat uns maria jambutas amerikanische archäologin die aus dem baltikum ursprünglich kommt und auch sprachforscherin ist und die hat das sogenannte alteuropa also das donaubecken ausgegraben und hat genau dasselbe festgestellt wie james mellard dass dort eine mutter zentrierte religion war die friedlich war die menschen keinen krieg kannten und ein ganz gut funktionierendes sozialsystem über jahrtausende hatten und wenn wir dann noch dazu nehmen dass in china lauze das daote king geschrieben hat im fünften vor christlichen jahrhundert ungefähr auch in der zeit in der die letzten texte der bibel entstanden sind dann beschreibt er dort ein ein system ein sozialsystem oder ein auch ein religionssystem das ist ja immer eins gewesen dass das weibliche zum urgrund allen seins erklärt und er benutzt dazu auch symbole wie wasser urschoss das himmelstor oder auch die mutter der zehntausend wesen das ist das was er das dau nennt das ist der urgrund allen seins und dieser ansatz findet heutzutage im grunde genommen bestätigung in der modernen biologie die uns auch lehrt dass wir alle im grunde zuerst weiblich sind und dass das x-chromosom das weibliche sehr viel älter ist als das y-chromosom manche reden sogar von einem verunglückten x-chromosom das dann zum y-chromosom wurde und in der astrophysik da haben wir auch die sprache dass astrophysiker vom kosmos sprechen als eine große gebärende kraft wir werden somit genötigt dieses neue oder uralte wissen in unser kollektives bewusstsein endlich zu unter zu integrieren und damit auch das mythische bewusstsein zu wissen dass in den ganz alten mythen und schöpfungserzählungen nicht lügen sind sondern eine welt ansicht die uns abhanden gekommen ist aber dass damit hat auch die heutige umweltzerstörung zu tun dass wir es verlernt haben die güter der mutter erde die kräfte der mutter erde zu verehren und nicht nur an ihre ausbeutung zu denken es ist also ein längst fälliger wandel den wir endlich einleiten müssen wenn wir nicht untergehen im sogenannten klimawandel und anderen katastrophen und dazu kann ich nur sagen gemäß dem slogan die zukunft ist weiblich oder gar nicht